Fritz Ungilter war ein deutscher Film- und Fernsehregisseur. Vor seiner Regiekarriere arbeitete er auch als Schauspieler und Bühnenbildner. Leben Fritz Ungilter begann als Schauspieler am Wiesbadener Staatstheater und nahm am Zweiten Weltkrieg teil. Danach studierte er Philologie in Straßburg, Tübingen und München. Er arbeitete zunächst als Bühnenbildner in Tübingen, dann als Theaterregisseur in Augsburg und Wiesbaden. Im Jahr 1953 erhielt er mit 31 Jahren eine Stelle als Regisseur beim Hessischen Rundfunk, wo er ab 1955 Leiter der Abteilung Fernsehspiel, Unterhaltung und Dokumente war. Sein Kollege Walter Oemichen, den er vom Augsburger Stadttheater kannte, arbeitete in Frankfurt als Regisseur und bewog ihn dazu, dort ebenfalls tätig zu werden. Da keine Aufzeichnungstechnik vorhanden war, inszenierte Fritz Ungilter in den Jahren 1953-54. Achtel-Sendungen der Augsburger Puppenkiste für den hr. Als freier Bühnen- und Fernsehregisseur war er in Augsburg, Wiesbaden, München und Wien tätig. Er war Mitglied der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Sein Grab befindet sich auf dem Waldfriedhof Stuttgart. Sein schriftlicher Nachlass befindet sich im Archive der Akademie der Künste in Berlin. Wirken Ungilter führte Regie bei insgesamt sechs Kinofilmen. Während diese Filmregiearbeiten von der Kritik nicht besonders beachtet wurden, waren seine Regiearbeiten und Drehbücher für das Fernsehen, für das er über 100 Arbeiten in unterschiedlichster Art in unterschiedlichen Genres ablieferte, gar als Fernsehereignisse wahrgenommen. Fritz Ungilter war Regisseur in zahlreichen Tatortfolgen. Außerdem führte er Regie in der aufwendigen und auch international beachteten Serie Der Winter, der ein Sommer war über das Eingreifen deutscher Zwangsöldner im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Seine letzte Regiearbeit war eine Folge für die ZDF-Reihe Das Traumschiff. Filmografie 1954 1954 Der kleine Prinz 1954 Nicht zu hören, meine Damen! 1954 55 still Wer gegen wen? 1954 55 still Kinderbücher für Erwachsene 1955 1955 Ein Phönix zu viel 1955 Die Zyklone 1955 10 Jahre deines Lebens 1955 Der Mann mit dem Zylinder 1955 Der Mörder 1955 Der Hund im Hirn 1955 Der Hund von Bescaville 1955 Hält in unserer Zeit 1955 Der erste Ball 1955 Ein Volksfeind 1955 Moliere spielt in Versailles 1956 Schiffchen zu 100 Frost 1956 Der Flüchtling 1956 Der Verräter 1956 Die letzte Patrouille 1956 Das Spinnennetz 1956 12.000 1956 10 Jahre und 3 Tage 1956 1956 Öl und Champagner 1957 Die Panne 1957 Montserrat 1957 Monsignores große Stunde 1957 Ganz groß in Kleinigkeiten 1957 Don Carlos 1958 Alle Sünden dieser Erde 1958 Mit Eva fing die Sünde an 1958 1958 Wenn die Conny mit dem Peter 1959 Soweit die Füße tragen 1959 1959 Die Räuber 1959 Das mittlere Fenster 1960 Am grünen Strand der Spree 1960 Gericht Gericht über Las Casas 1960 Der Mann Der Donnerstag war 1961 1961 Prinz Friedrich von Homburg 1961 Die Journalisten 1961 Nur der Wind 1962 Mit Eva fing die Sünde an 1962 Wer einmal aus dem Blechen abfrisst 1962 Montserrat 1962 Und Peppa tanzt 1963 Der Belagerungszustand 1963 Dantons Tod zusammen mit Arthur Müller 1963 Die Abrechnung 1963 Freundschaftsspiel 1963 Der schlechte Soldat Smith 1963 1963 Den Tod in der Hand 1964 Die Teufelsspur 1964 Der Traum des Eroberers 1964 König Richard III 1964 Tom und seine Söhne 1964 Bei Tag und Nacht 1964 Die Physiker 1965 Schüsse aus dem Geigenkasten 1966 1966 Nur einer wird leben 1967 Eine Handvoll Helden 1967 Bratkartoffeln inbegriffen 1967 Nobile 1969 Epitaph für einen König 1970 Sessel zwischen Stühlen 1970 Wie eine Träne im Ozean 1970 71 Elsa Brennström Stationen eines ungewöhnlichen Lebens 1971 Arsene Lupe 1973 Die merkwürdige Lebensgeschichte des Friedrich Freiherrn von der Trenk 1973 Der Vorgang 1974 Die unfreiwilligen Reisen des Moritz August Benzowski 1974 Im Vorhof der Wahrheit 1975 1975 Tatort Die Rechnung wird nachgereicht 1975 Das Christoffel von Grimmelshausen Abenteuerlicher Simplicissimus 1976 Tatort Zwei Flugkarten nach Rio 1976 Der Winter, der ein Sommer war 1976 Ein Badeunfall 1977 Tatort Flieder für Tschnacek 1977 Tatort Feuerzauber 1979 Die Rote Zora und ihre Bande 1979 Revolution in Frankfurt 1980 Die Weber 1981 Tatort Schattenboxen Hörspiele Als Sprecher 1947 Der Hauptmann von Köpenick Regie Alfred Wohrer 1955 Hesselbach GmbH 14 Folge Der Anbau Regie Karl-Heinz Schilling Auszeichnung Im Jahr 1967 Wurde er mit dem Fernsehfilmpreis für die beste Regie in Bratkartoffeln in Begriffen ausgezeichnet 1971 erhielt er beim Adolf Grimmelpreis den Preis der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für die Regie von Wie eine Träne im Ozean 20 21 21 22